Bei meinen Touren durch Herzberg am Harz, der sonnigen Südharzmetropole und Esperanto-Urbo, ist mir aufgefallen, dass wir an der Ecke Jüßholzstraße-Knollenstraße einen sehr beliebten Übersichtspunkt haben. Ich vermute, dass dieser Punkt so beliebt ist, weil man von dieser Straßenkreuzung einen sehr schönen Überblick hat auf den Bereich der Jüßholzstraße, der in Richtung der Papierfabrik führt, und hier weiter in den Bereich, wir warten, dass der Lkw vorbei ist, und hier weiter in den Bereich, der zum Jüßsee führt. Ein nahegelegener Nettomarkt mag dazu beitragen, dass dieser Punkt bei einigen Wanderern sehr beliebt ist, um hier eine Pause einzulegen. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.